Danny, ist jetzt alles aus? Ach, was redest du da? Das ist erst der Anfang. Nun, willkommen zu unserem, ich darf mal sagen, erfolgreichsten Schuljahr, das wir je gehabt haben. Ich hab mir gewonnen, dass irgendwas wirklich ist passiert. Danny! Ich, ich, ich hab gedacht, du bist in Australien. Nein, Nidl, siehst du mich hier. Dann, du bist in Australien. Dann, du bist in Australien. Ich, ich hab gedacht, du bist in Australien. Dann, du bist in Australien. Ha, ha! Ha, ha! Wie ist das? Ich hab ne Vermissten-Sache aufzuklären. Wer ist denn vermisst? Eine Chinesin. Etwa 16, 17. Ich bin ausgestiegen. Hätten, dass sich das Schnüffeln immer noch reizt? Ja, aber du versuchst die Leute hinter Gitter zu bringen und ich bloß in einen Kriminalschmölker. Wie heißt denn die Kleine? Crystal Ling. Sie müssen das Mädchen finden. Ist sie nicht wunderschön? Ja, das ist sie. Ein schönes Mädchen. Und was weiter? Wo ist sie, Mr. Hammond? Raten Sie mal. Genau um 3.13 Uhr heute Morgen ist Crystal Ling umgekommen. Die Kleine schon mal gesehen? Neugier ist ungesund. Wenn ich mit dir fertig bin, kann ich deine eigene Mama nicht wieder. Was hat der Erpresser von Ihnen verlangt? Eine Million? Mr. Hammond, du warst doch genau fünf Sekunden. Ja, glaub mir, ich habe sie nicht mehr. 007 ist wieder da. Im Auftrag Ihrer Majestät rettet er die Welt vor dem Untergang. Mein Name ist Bond. James Bond. James Bond. Wir brauchen Ihre Kanonen nicht. Kommt darauf an, was Sie unter Safer-Six verstehen. Hier ist endlich erpasst. Und Sie auch. GoldenEye. Im Starkino. Ochse. Natter. Zwei in einem Boot und eine tolle Frau. Holy Moly. Da hüpfen die Hormone. Ich will ein Casanova. Vergiss es ganz einfach. Ich finde sie gar nicht zu great. Arten Sie mir doch bitte, warum ich eher Sex mit Ihnen haben sollte, als mit ihm. Der Eindruck täuscht gewaltig. Oh. Ochse. Natter. Ist verloren. Es ist nicht die Größe, auf die es abkommt. Sind Sie sicher, dass wir noch über Ihren Fisch reden? Hahaha. Beide wollen denselben Fisch und dieselbe Frau. Oh. Der dritte Frühling. Mit Sophia Loren, Jack Lemmon und Walter Matter im Starkino. Lad nach. Los quehüac. Alles. Wednesday. None. Alle. Weihnachten. dedi. motions.